Herzlich willkommen auf der Discon, heute ist der letzte Tag, tolles Event, falls du dir das später anguckst, falls du gerade auf dem Discord bist und dir das da anguckst, falls ihr nicht auf dem Discord seid, schaut da mal vorbei, herzlich willkommen beim Vortrag. Ich wurde gefragt, ob ich nicht auch einen Beitrag dazu leisten will, ich hoffe ich kriege die ganze Stunde gefüllt, ich glaube aber schon, denn ich glaube es gibt eine ganze Menge zu erzählen zu NPC, ich werde zwischendurch auch mal so ein bisschen, es gibt keine Folien und so, entspannt euch. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal ein Paint aufmache und live ein bisschen was zu Papier schmiere, aber allgemein ist das eine sehr lockere Erzählung darüber, wie ich denke, dass gute Charaktere funktionieren. Ich habe eben so eine Art Intro gegeben zu, wie habe ich angefangen Pen & Paper zu schreiben oder wie bin ich in das Thema Pen & Paper gekommen, ich glaube das Einzige, was daran wichtig ist und was du jetzt so mitnehmen solltest, ist, dass für mich relativ früh klar wurde, dass zur Logik einer gut erzählten Welt, insbesondere im Pen & Paper, eine gute Auswahl von Regelwerk für Geschichte, die ich erzählen möchte, steht, aber auch vor allem für Welt, in der das Ganze passiert. So, und eins der wichtigsten Elemente in so einer Welt sind meiner Meinung nach NPC. Wenn mich Leute fragen, was ist so, kannst du mir irgendeinen Rat geben, kommt gar nicht mehr so viel, aber in der Zeit gab es das ganz oft, dass Leute so kamen und meinten, kannst du mir irgendeinen Rat für Pen & Paper geben? Und ich glaube, da ist erstmal der wichtigste Beitrag, ich habe nicht annähernd so viel Ahnung von Pen & Paper, wie ihr denkt. Die meisten Leute, mit denen ihr im Rahmen dieser Discon zu tun gehabt haben werdet, haben wesentlich mehr Ahnung von Pen & Paper als ich. Die haben mehr Regelwerke gespielt, die haben tieferes Regelwerkverständnis und so. Meine Kenntnisse im Bereich Pen & Paper sind wahrscheinlich gar nicht so unnählich den Deinen. Ich habe so ein paar Regelwerke gespielt, mir die angeguckt, ich habe ein paar Runden moderiert und bin irgendwie so ein bisschen zu einem Gesicht für Pen & Paper als Unterhaltungsformat in Deutschland geworden. So, auch wenn es da genauso tolle oder sogar bessere Formate gibt, die mit anderen Gesichtern funktionieren. So, ich finde es gut, dass er sehr frei gesprochen hat. Schade finde ich, dass es keine Bilder gab. Es gibt noch Bilder, keine Angst, es kommen noch Bilder. Ich werde aber mehr so live on the fly das mit euch zeigen. Naja, jedenfalls habe ich relativ früh gemerkt, in den Runden, die ich so gespielt habe, und das habe ich eben schon erzählt, das waren vor allem DSA-Runden, dass diesen Runden ein ganz wichtiges Element aus Erzählungen führt und damit schlagen wir den Bogen zu dem, was ich auch eben schon gesagt habe. Keine Angst, nicht wichtig, dass das verpasst wurde. Für mich waren frühe Erzählungen, die ich gehört habe, Märchen. Meine Oma hat mir Märchen erzählt und Fabeln. Und mir ist früh aufgefallen, dass ich an diesen Erzählungen die Charaktere so toll finde. Und ein ganz wichtiges Element von Märchen und Fabeln ist, dass in denen verhältnismäßig wenig Charaktere stattfinden. Wenn du ein ganzes Buch liest, eine gewaltige Erzählung über irgendwie dieses oder jenes, dann gibt es Unmengen Charaktere, die Eigenschaften haben, wenn in dieses oder jenes passiert. So. Und in Märchen oder Fabeln gibt es sehr oft sehr wenig Charaktere, denen sehr starke Elemente zugesprochen werden. Die Großmutter ist eine Hexe und die, keine Ahnung, die Schwiegermutter, die Stiefmutter, die ist immer böse. Aber die Mutti, die ist das Gute in der Welt und Frau Holle, die ist die Richterin in der Welt und keine Ahnung. Es gibt so Elemente in Märchen, die sehr klar sind. Und Märchen nehmen sich aber auch sehr viel Spielraum, wenn es um die Protagonistinnen und Protagonisten geht. Die lernen immer was. Das bedeutet, Charaktere werden konfrontiert mit sehr klaren Rollen, damit sie selbst sich eine Position bilden können. Ich als Kind fühle quasi mit, wenn das Märchen mehr erzählt wird und werde mit, muss mir auch die Frage stellen, finde ich die Entscheidung von Frau Holle gerechtfertigt. Finde ich das jetzt gut, dass dem Struvelpeder die Finger abgeschnitten werden? Wahrscheinlich nicht so als Kind, aber so. Und ich habe in meinen frühen runden Pen & Paper oft gemerkt, dass NPC, Nicht-Spieler-Charaktere, für alle, die so gar nicht im Thema sind, was sind, das ich extrem nervig fand. Ich habe ganz oft mit NPC interagiert, die generisch waren und die keine Rolle in der Welt hatten. Also so, wir waren in irgendeinem Ort und dann kam der König oder die Leibgarde vom König und die hat uns den Auftrag gegeben, den Drachen Vazawur zu töten, der oben auf dem Untergangsberg wohnt und der liegt mit seinem riesigen Schwanz vor dem Wasserfluss. Und deswegen kann man irgendwie das Gold nicht mehr schürfen, das will der alles für sich behalten. So. Und das wird mir alles erzählt und da denke ich immer schon so, ja, Alter, komm zum Punkt, ich will den Drachen abschlachten. Aber wenigstens weiß ich, dieser Charakter hat Bedeutung. Und dann sage ich, ja, okay, bevor wir losgehen, gehe ich noch einkaufen. Das hat sich wirklich so bei mir eingebrannt, dieses, gibt es hier noch Händler? Das ist mein Albtraum in Pen & Paper. Das hatten wir in Blind Eyes auch, dass man dann noch, ich gehe noch einkaufen. Oh, hasse ich Händler, Alter. Und da komme ich gleich nochmal zu, der Händler als Prototyp des schlimmsten NPC-Charakters in jeder Welt. Und jedenfalls bin ich in diesen frühen Runden ganz oft über NPC gestolpert, insbesondere eben Händler, die generisch waren. Die hatten, also wenn dann ich gefragt habe, wie heißt denn der, war immer schon so, ja, der heißt irgendwie Rolf, Rolf der Händler. So, klar, Rolf der Händler. Jeder kennt ihn, Rolf den Händler. So, bei uns im Dorf gab es irgendwie Peter den Lokführer, Rolf den Händler, Michi den Bauern und irgendwie Sabine, die Bankangestellte, keine Ahnung so. Das gab es halt bei uns so. So hießen die alle. Das waren Namen. Das sind halt keine Namen. Das sind weder Eigenschaften, noch sind das Namen. Und wenn eine Gemeinschaft kleiner ist, werden die Namen nicht zwangsläufig anders, aber ein bisschen kreativer. Das kann ja auch Rolf der Krämer sein oder so, oder? Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls sind wir dann in diesen Händlerladen gegangen und haben angefangen mit der Händlerin zu sprechen. Und die Händlerin erzählt uns im Grunde immer nur, ja, ist halt der Preis von irgendwie, hallo Frau Händlerin. Und dann hat man so das Spielerhandbuch aufgeschlagen. Haben Sie zufändig einen Rabenschnabel? Und dann guckt man den Spielleiter an, der Spielleiter guckt so, wie stark ist ein Rabenschnabel? Ja, ich habe einen Rabenschnabel. Er kostet 5 Goldstücke. Ich möchte auf Feilschen würfeln. Und der Spielleiter, ja, das ist aber sehr teuer. Du kannst versuchen, das auf 4 Gold 50 runter zu feilschen. Okay, das mache ich. Und dann würfelt man. Gefeilscht. Okay, du kriegst den für 4 Gold 50. Und dann denkst du, oh, Alter, willst du mich verarschen? Ist das fucking langweilig alles. Und da sitzen, nicht nur ich als Spieler finde das langweilig, sondern da sitzen auch die anderen Mitspieler und sind so gelangweilt von dieser Situation. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass wir anfingen, diese Situation zu überspringen. Also sie haben dann so, ja, dann gehe ich noch zum Händler und kaufe mir noch was. Und dann sagt wirklich so, ja, was willst du kaufen? Und dann macht man so eine Liste. Und sogar Snow, falls der gerade zuguckt, sogar Snow hat das gemacht. Sogar Snow in seinem Abenteuer hatten wir so einen Punkt, wo es dann hieß, ja, du gehst halt zu irgendeinem Händler, was willst du kaufen? Weil auch Snow das langweilig findet. Und ich weiß nicht, ob Snow das auch so bewusst ist, dass das ein langweiliges Element ist. Aber wenn mich was langweilt, wie soll das dann jemand anders unterhaltsam finden? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Erkenntnis für mich gewesen. NPC sind eine erzählende Komponente. Und wenn NPC nicht allen am Tisch eine Geschichte erzählen, dann haben die keine Berechtigung. So, NPC sind keine, Snow Ryu ist ein hervorragender Spielleiter, mit dem ich mittlerweile auch viele Runden gespielt habe. So. Und wenn man in so einer Welt interagiert, sind NPC eine wichtige Schnittstelle. Also sind keine wichtige Schnittstelle Spieler zu Spielwelt, sondern Spielergruppe zu Spielwelt. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Element, wenn man darüber nachdenkt, warum schreibe ich NPC? So. Wer lebt in meiner Welt? Und ich glaube, jetzt muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube nämlich, eine der schlimmsten Fallen, in die ich so getappt bin und die ich bis heute noch tappe, und ich wünschte, ich wäre darin besser, ist, extrem verliebt in sein eigenes Schreiben zu sein und seine eigene Welt. Ich würde sagen, einer der vielleicht... Ah! Kennt ihr Terry Pratchett? Wahrscheinlich ja. Scheibenwelt. Tolle Romane, kann man mögen, kann man nicht mögen. Große Empfehlungen, sich zumindest mal die Filme anzugucken, sind tolle Verfilmungen. Hawkfather und so. Ein toller Fantasy-Autor. Ich würde sogar behaupten, der beste lebende Fantasy-Autor, den ich kenne. Und Neil Gaiman. Ein Autor, von dem ich ganz viel halte. Schreibt tolle Horror-Erzählungen, toller Geschichten-Erzähler, unglaublich guter Autor. Und die beiden haben zusammen eine Serie geschrieben. Betrachten wir mal diese Szene. Wir sehen den Hauptcharakter der Erzählung und diese Pflanzen sind Nebencharaktere. Ich habe jetzt Informationen zu diesen Charakteren bekommen. Und da lernen wir unsere erste Lesson meiner Meinung nach zu gutem Schreiben. In welchem Verhältnis steht der Nebencharakter zur Geschichte oder dem Hauptcharakter der Geschichte? Warum existiert der? Und in diesem Fall existieren diese Pflanzen, um uns zu zeigen, dass es was gibt, zu dem dieser Hauptcharakter, der eigentlich so losgelöst von allem existiert, was hat. Beispiel. Da ist die Kamera, Entschuldigung. Beispiel. Warum wohnt der Händler in diesem Ort? So, als besseres Beispiel. Warum lebt der Händler, wo er lebt? Was bringt den dazu? Wen kennt der? Was soll das? Und ihr seid die Erzählerstimme. Ihr seid, was Terry Pratchett schreibt. Ihr habt 30 Sekunden oder eine Minute, wenn ihr wollt, um zu erklären, mit wem man gerade zu tun hat. Ihr steht vor einem Gebäude. Außen an dem Gebäude sind unglaublich viele rote Blumen aufgemalt. Dann geht ihr durch die Tür. Als ihr die Tür aufstoßt, kommt euch so ein fast schon erstickender Geruch von Parfüm entgegen. Ein junger Mann steht hinterm Tresen. Zu jung, um Laden zu besitzen. So. Das fühlt sich an, als ob ich mit einem Hauptcharakter interagiere. Warum sind da Blumen? Warum riecht es hier nach Parfüm? Warum ist der zu jung, um Laden zu betreiben? Was ist zu jung, um einen Laden zu betreiben? Das sind Fragen. Und jetzt kommt das absolut geilste an Rollenspiel. Die Fragen, die muss ich jemandem einpflanzen. Und ein guter NPC, der wirft Fragen auf. Und diese Fragen, die führen zu diesen Antworten und die sind relevant für meinen Hauptcharakter. In dem Fall könnte das zum Beispiel sein, ah, hallo junger Mann, seid ihr nicht etwas jung, um diesen Laden zu betreiben? Und dann sagt er mir, ja, ich habe den Laden von meiner Mutter geerbt. Die ist letzte Woche verstorben. So. Dann mal so, oh, oh. Und wenn man zum Beispiel sagt, warum riecht es denn hier so nach Parfüm? Ja, meine Mutter war eine große Genießerin von Parfüm. Leider ist sie letzte Woche von uns gegangen und ich habe halt den Geruch hier drin, weil ich mich noch so an sie erinnern möchte. Warum sind außen Blumen am Laden? Weil meine Frau, weil meine Mutter Blumen so toll fand. Und er den ganzen Laden voll gemalt. Und darum riecht es hier auch so. Und dann fragt man, ach, was ist denn passiert? Und dann sagt man, ja, meine Mutter, die war, wollte Wasser holen, aber seit der Fluss nicht mehr läuft, so, können wir ja kein Wasser mehr holen. Dann muss man ganz oben zum Berg und dann hat der Drache sie gefressen. Dann denkt man, ach, krass, so. Jetzt verstehe ich, die haben eine Bewandtnis in dieser Welt. Die wohnen in diesem Ort. Die profitieren davon, wenn ich was tue. Die sind mir nicht mehr fucking scheißegal. Die sind wichtig für die Geschichte in dieser Welt. Und wenn man sagt, ach, krass, welcher Drache denn? Dann kann man das erzählen. Wenn ich schon weiß, welcher Drache, kann man sagen, ja, ich bin übrigens der Held, der da hochgeht, um diesen Drachen zu töten. Oh, toll, ich habe hier genau das Richtige für Sie. Aber gucken wir mal erst mal weiter. Um die nächste. Erste Regel, super wichtig meiner Meinung nach, bei NPC. Wer sind sie, in welchem Verhältnis stehen sie zu dieser Welt? Und im Idealfall kann man das erzählen über Fragen. Man wirft Fragen auf. Denn den Vorteil, den Terry Pratchett ja hat, nämlich uns was zu erzählen, und darum komme ich gleich auch noch, warum ich dieses Beispiel gewählt habe, den haben wir nicht. Extreme Reaktion dieses Hauptcharakters. Der Hauptcharakter hat offensichtlich eine starke Beziehung zu diesem NPC, die irgendwie resultiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Interessiert mich einen absoluten Scheißdreck. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Lernding, was ich aus Good Omens mitgenommen habe. Ich will niemandem zu nahe treten, der die Sendung gut findet. Mich hat das nicht besonders abgeholt. Und ich glaube, das Problem ist, dass hier zwei Autoren aufeinander treffen, die beide brillant sind, meiner Meinung nach. Die aber zwei völlig unterschiedliche Zählstile haben. Und das ist, was einem gerne passiert, wenn man NPC schreibt. Denn man verliebt sich dann auf einmal in die. Dann findet man den Ladenbesitzer auf einmal zu gut. Der arme Tobias. Der arme Tobias. Tobias ist ja auch ein großer Held. Und Tobias hat von so viel geträumt. Und Tobias hat das Schwert, das er jetzt verkaufen will, hat er vor Jahren gekauft. Weil Tobias auch so ein absolut ganz wichtiger ist. Und Tobias wollte auch ausziehen und den Drachen eigentlich selber töten. Das ist doch einfach zu viel. Und das ist was, was mir auch oft passiert ist. Und das ist ein ganz schmaler Grat. Und diese Interaktion zeigt meiner Meinung nach, dass mir gereicht hätte, dass diese Pflanzen wichtig für ihn sind und er sich um sie kümmert. Dass er die jetzt auf einmal hasst und die rausschmeißt, wenn die ein Loch haben. Jetzt geht es halt wieder um den Hauptcharakter. Und das ist okay, aber in einem, und hier funktioniert das sogar noch einigermaßen, aber in einem Pen & Paper erzählt der Hauptcharakter seine Geschichte selbst. Nehmt das denen nicht aus der Hand. Gute NPC stellen auch Fragen. Anstatt, dass sie nur erzählen. Wenn jetzt also unser Händler fragen würde, wenn der dann hört, ach wir gehen zum Berg hoch, dann könnte der Händler ja fragen, seid ihr denn so stark, dass ihr euch das zutraut? Anstatt zu erzählen, ja ich wollte ja auch mal ein Held sein, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist was, dem ich selber auch noch viel zu oft auf den Laien gehe. Und da kommt so ein bisschen Neil Gaimanstier raus. Neil Gaiman ist ein unglaublich guter Autor, das weiß er aber leider auch. Und darum schreibt er ganz komplexe Szenarien. Der ist sehr verliebt in seine Hauptcharaktere. Die findet er richtig großartig. Und darum sind die manchmal auch so mega geil. Aber manchmal funktionieren die eben darum, finde ich, auch dann in so einem Setting nicht so gut. Aber das ist jetzt auch nur so mein persönlicher Geschmack. Ich glaube, das Wichtige, was man mitnimmt, sind zwei tolle Autoren. Wir können jetzt tatsächlich aus dieser Szene auch schon wieder weg, weil das reicht eigentlich. Also zweite Lektion meiner Meinung nach. Ein guter NPC, in den darf man sich nicht zu sehr verlieben. Ein guter NPC ist eben ein Nichtspielercharakter. Ein Side-Charakter. Der ist eine Facette in der Geschichte, die ihr gemeinsam mit euren Spielern schreibt. Oder Spielern und Spielerinnen. Und so sollte man die ein bisschen auch sehen. Die sind Rohmaterial. So, und sagen wir mal, ihr malt ein Bild gemeinsam. So bei einer Geschichte. Ist ja sehr, sehr simpel gesagt, aber dann ist ein Charakter eine Blume. Und euer Gegenspieler ist ein Reh. Und dann gibt es ein schönes Panorama. Und dann gibt es die Little Bunny Rabbids, die dann halt so Happy Exidents irgendwie produzieren. Und das ist total schön. Ich habe dann für mich mitgenommen. Also, wenn ich ein NPC schreiben will, der einerseits eine Bedeutung in der Welt hat, andererseits aber keine zu große Bedeutung in dieser Welt haben darf, damit noch Platz für die Spielercharaktere ist, dann ist es ja schwierig, die genaue Zahl zu finden. Wie viele sollen dann existieren? Denn ich glaube, wenn man zu viele NPC hat, aber was ist, wenn man Leute dazu bringt, sich in einen NPC zu verlieben und denen killt, das ist ja was völlig anderes. Darüber können wir gleich nochmal reden. Beziehung zwischen NPC und Spielercharakter. Wie hieß das Video? Das ist Crowley vs. His Houseplants. Good Omens heißt die Serie. So, jedenfalls ist es, glaube ich, dann unglaublich wichtig, für sich eine gute Zahl zu finden, wie viele NPC gehören denn dann in eine gute Erzählung. Und ich glaube, darauf gibt es keine richtig gute Faustregel so. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, früh für sich zu entscheiden, wie viele wichtige Charaktere habe ich in meiner Geschichte und wie viel Raum für spontane Charaktere lasse ich und wie bringe ich die dann in meine Geschichte. Wenn ich zum Beispiel meinen Spielern erlaube, in eine große Stadt zu gehen, dann ist völlig normal, dass sie mit ganz vielen NPC interagieren werden. Und es gibt, glaube ich, zwei wichtige Lösungen. Nummer eins ist, also, es gibt Spieler und Spielerinnen, die werden immer den Kontakt zu NPC suchen. Die sagen dann, steht hier irgendwie jemand rum, den ich fragen kann. Und dann würde ich immer sagen, ja, und im Idealfall sofort jemanden erschaffen, mit der sie ableckt. Denn wenn du dann einfach nur jemanden erschaffst, und das mache ich manchmal auch noch, begehe den Fehler, dass ich dann sage, ja, da steht irgendjemand so. Und, keine Ahnung, bei einem Online-Format, das ist immer noch mal ein bisschen was anderes, aber was soll dieser NPC dann sein? Soll der ein schneller Witz sein? Und da gibt es ja die Szene aus dem Pen & Paper mit Eddie. Als wir in Ultracore, gibt es, glaube ich, diese Szene, wo er jemanden nach dem Weg fragen will, und dann guckt er in irgendeine Gasse und sagt, na, du da! Und da steht dann jemand. Und dann gibt er dem irgendwie Geld, und dann wird der abgestochen und so. Ach, ich werde, ich kann mal raussuchen. Oder mag mal jemand, falls jemand den Timecode hat, können wir sehr gerne an meinem Live-Channel, dann können wir da mal rein, wenn ich mal vorher raussuchen soll. Ach, ich dachte, ich aber, wir sind dumm. Naja, ist auf jeden Fall im ersten Ultracore, im zweiten Ultracore ist es. So, die eine Variante ist, also ich nehme einen NPC, der ist ein kurzer Gag, das ist ein Charakter, der hat keinen Namen, der wird reingeschmissen, der gibt die Information, der geht wieder. Der ist eine Ressource. Dann ist dieser NPC aber auch nicht mehr und nicht weniger als das. Und die Gefahr dabei ist immer, dass deine Spielerinnen und Spieler das nicht so sehen. Dass die entscheiden, dass das ein wichtiger NPC ist. Die kommen dann zurück und sagen, ist der Typ von eben noch da? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Und darum habe ich über die Zeit für mich immer mehr und mehr beschlossen, dass ich eigentlich nur noch NPC haben möchte, die zumindest eine gewisse Bedeutung haben. Dass ich nur noch NPC haben möchte, die irgendwie in einem gewissen Maße voranbringen. Und um das tun zu können, gibt es mal eine Liste von vorgesehenen NPC, die wichtig für die Erzählung sind. Und dazu mache ich eine Liste von Das könnte ein NPC sein. So. Das heißt, ich schreibe dann eine Liste von NPC XY hat, das hat das, hat das, hat das, hat das, hat das, hat diesen Namen und kann das und das. Und da steht noch nicht, welchen Job der hat, was der so für dieses oder jenes. Das kann da mit drinstehen, aber muss halt nicht. Das ist ein zufälliger Charakter. Und wenn mich jemand fragt, blätter ich einfach schnell zweimal um, sag, der heißt und dann habe ich da ein Dokument und da sind diese Wegwerfcharaktere drin. Das kann man machen. Oh Mann, mich kitzelt mein Bart gerade zu. Ich, als ich das geschafft habe. Guck mal, mein Bart rekitzeln. So. Und, und ich habe über die Bücher schon mal geredet, kommen wir aber mal dazu, zu der, das ist glaube ich immer ein guter Tipp, den kann man gar nicht oft genug geben. Für das Erstellen willkürlicher NPC kann ich immer wieder die Bücher empfehlen. Ein absolut hervorragendes Buch, das Gegenstück dazu, der Negative Trade Thesaurus, das sind dann negative Eigenschaften, die sind fürs Schreiben von Charakteren, in die ihr eben euch nicht verlieben wollt, der absolute Überhammer. Ihr schlagt quasi das Ding auf und sagt, ich habe eine Wache und was ist so, was ist, was macht eine Wache aus? Ja, eine Wache ist gehorsam. Obedient schlage ich halt auf, geht das so durch und kommt bei Obedient raus. Nämlich hier eine Seite, die hat das Obedient. So, ne? Gehorsam. Dann kann da zum Beispiel sagen, was ist das, was bedeutet das? Definition is submissive to authority. Also ne? Obrigkeitshörig. Und dann steht hier zum Beispiel, woher kann das kommen? A subvergent nature. Also einfach, das ist so in der Natur. Kann sein, dass man das früh beigebracht gekriegt hat. Dass man Angst vor Konsequenzen hat. Kann sein, dass man einfach grundsätzlich ein People Pleaser ist. Also einfach Leuten irgendwie zukommen will. So, und was noch viel interessanter ist, was sind Associated Thoughts, die so jemand hat? So, dann könnte ich bei jemandem, der Obedient ist, könnte ich das dann reinschreiben. Ja, die Wache ist gehorsam. Und das kommt daher, dass die Person ein sehr hohes Gerechtigkeitsbedürfnis hat. Oder ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden. Das schreibe ich mir dann dazu. Dann schreibe ich diese Wache hin. Die Wache ist, danke an JC, der hat gerade die Linksnormale geteilt. Zu diesen Büchern. Es gibt davon ganz viele. Es gibt es auch für Orte. Es gibt es so. Und jetzt kommt ein wichtigerer weiterer Punkt, nämlich der dritte Punkt quasi. Wenn ich also fertig bin, damit aufzuschreiben, was die Wache so kann, sollte ich aufschreiben, was diese Wache nicht kann. Jeder gute Charakter hat Schwachstellen. Und das betrifft nicht nur Spielercharaktere, sondern es betrifft auch Nicht-Spielercharaktere. Und dann kann ich nämlich hier zum Beispiel hingehen und kann mir raussuchen, was sind negative Aspects davon. Und hier ist dann, whatever the reason for their compliance, also was immer auch der Grund für ihr Gehorsam ist, Obedient Characters may have trouble thinking for themselves. Also gehörige Charaktere können das Problem haben, dass sie nicht so gut für sich selber denken können. This can be used for ill as well as for good. Also in dem Fall könnte man zum Beispiel sagen, ja, wenn man der Wache halt irgendwas einredet, ist sie auch leicht zu manipulieren. Solange man der halt einredet, das hat halt jemand gesagt. Das heißt, der ist sehr hörig, ich könnte jetzt also theoretisch lügen und dieser Wache erzählen, da hat halt der Hauptmann hat gesagt, du sollst jetzt sofort zum anderen Tor gehen und da Wache halten. Also schreibe ich mir dazu, könnte ich jetzt zum Beispiel dazu schreiben, denk nicht gerne selbst oder ist leicht zu manipulieren. Und das ist der dritte, glaube ich, wichtige Tipp. Wenn ihr NPC schreibt, sollten die immer auch Schwachstellen haben. Und jetzt schlagen wir den Bogen zurück zum zweiten wichtigen Punkt. Ich packe es mal eben zurück. Denn der zweite Punkt, war ja, dass Charaktere, das war so schön vorher, ich hatte das so hübsch hier hingetragen. Hatten wir ja vorher, dass die auch eine Bedeutung haben sollen und was zu erzählen haben sollen und es ist viel einfacher, denen eine Bedeutung zu geben, wenn die Vor- und Nachteile haben. So, und selbst wenn ich einen Charakter vorher noch nicht mir vorgestellt hatte, ist es halt super interessant, diesem Charakter Vor- und Nachteile zu geben, weil es so viel einfacher ist, den in eine Geschichte einzufügen. Oder einen Charakter kommen zu lassen, wenn gerade einer gebraucht wird. Oder wenn die Spieler eben sagen, ich gehe jetzt in diesen Laden. Wenn nämlich jetzt unsere sehr hörige Person in diesem Laden ist, könnte man ja auch sagen, das ist halt eine sehr oberigkeitshörige Person. Wenn also jetzt einer unserer Spieler sagen würde, naja, wir werden halt jetzt auf diese Mission geschickt, um diesen Drachen zu töten und damit rächen wir auch irgendwie deine Mutter. Und der König hat uns das befohlen. Dann sagt man, der König. Der König ist natürlich auch wichtig. Dann könnte man sagen, ja, also wenn wir jetzt dem König schon helfen, dann könntest du ja auch, und dann kann er auch von sich aus theoretisch zum Beispiel anbieten, ah ja, für den König natürlich nur das Beste. Ich habe hier noch einen Dolch. Den habe ich, eigentlich wollte ich den gar nicht verkaufen, aber für sowas Wichtiges würde ich diesen Dolch jetzt rausholen. Und diese Idee kommt euch ja nur, weil ihr euch vorher überlegt habt, wie dieser Charakter ist. Und spontan ist das natürlich alles nicht so einfach. Und da hat man mehr Erfahrung, man wird besser darin und so. Aber es hilft so extrem, wenn diese Charaktere Eigenschaften haben. Und es ist auch viel interessanter, als Spielerinnen und Spieler diesen Charakter zu erforschen, wenn diese charakterischen Eigenschaften haben. So. Also. Baut Charaktere, und jetzt kommen wir nämlich zu der Zahl gleich zurück. Baut Charaktere, die wichtig sind, oder die irgendeine Relevanz für den Hauptcharakter oder Teile der Haupthandlung haben, die Fragen stellen, und Charaktere, die jetzt einfach meinen eigenen dritten Punkt vergessen, ach, die Vor- und Nachteile haben. So. Und ich hatte eben die Frage nach der Anzahl der Charaktere gestellt. Und wenn man jetzt schon merkt, ich hole schon Bücher raus, ich fange schon an, mir Gedanken zu machen, ich muss die in die Haupthandlung einbinden und so. Vielleicht ist es dann ja gar nicht so schlecht, wenn ich wenig Charaktere einbaue. Und Halleluja. Ich finde Abenteuer so geiler, in denen wenig Charaktere vorkommen. Denn eine gute Geschichte, die mit Charakteren funktioniert, die basiert so sehr darauf, dass ich eine Beziehung zu diesen Charakteren aufbaue. Und die Frage kam gerade ja auch schon mal so ein bisschen. Ich persönlich mag dumme NPCs nicht. Mal beim Beispiel der Wachen bleibend. Auch Wachen haben eine Befehlsstruktur, und dann kann ich halt nicht XY kommen und erzählen, du musst das machen, leider keinen Sinn. Dann soll sich lieber der Protagonist einen anderen Weg überlegen. Meine Meinung. Naja, hast dich jetzt auch sehr an dem einen Beispiel aufgehangen. Das ist jetzt auch sehr versimpelt. Aber ja, grundsätzlich. Wobei ich sagen muss, niedrige Intelligenz ist ein Nachteil, wie jeder andere das sein kann in einem Pen & Paper. Und da kann interessant sein. Naja, jedenfalls. Zum Beispiel niedrige Intelligenz könnte jetzt auch zu einem sehr hohen Wert in Treue legen. Was ja schön ist. Aber kommen wir zur Zahl zurück. Ich persönlich finde viel schöner, wenn in den Abenteuern, die ich für meine Runden schreibe, wenig Charaktere vorkommen, und die dafür mehr Bedeutung haben. In den ersten Tieresabenteuern habe ich mir dabei nicht genug Mühe gegeben. Die Charaktere waren sehr einschichtig, die hatten ein oder zwei Attribute, die herausragend oder die wichtig über sie waren. Und dadurch sind so wenig Charaktere dabei rausgekommen, die die Spieler eigentlich gut oder die die Spieler wichtig und richtig fanden. Und ja, danke. JC hat gerade den Link geschickt. Hier ist nochmal die Situation. Alter Link, sorry. Hier ist nochmal die Situation, über die wir eben geredet haben mit dem... Wir gehen nochmal auf den Präsentationsscreen. Über die wir eben geredet haben, in der Eddie mit dem Seitencharakter interagiert. Wieder! Wie wär's mit uns? Ich seh da irgendeine Kreatur laufen. Irgendwie auch noch was. Es dreht sich um und vor dir steht halt irgendjemand, der einfach menschlich aussieht. Haben Sie... Sind Sie... Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie arm? Wie sehen arm aus? Er guckt so an sich runter, ist halt wirklich so in komplette Lumpen gekleidet. Hat halt irgendwie... Riecht auch ganz unangenehm nach Kloake so. Guckt so... So, und ich erinnere mich an die Situation. Meine erste Reaktion, ja, sieht halt so menschlich aus, war einfach, weil ich mir nicht sofort... Ich hab nicht so schnell geschaltet. Und die zweite war, dass ich schnell dachte, okay, der braucht auch einen Kontrast. Eddies Charakter wird an Bedeutung gewinnen, wenn ich ihm einen Kontrastcharakter gebe. Er hat gerade mit jemandem interagiert, der ist eine Wache, Eddie war da wichtig und so. Jetzt braucht sein Charakter eine andere Facette. Sein Charakter braucht den Kontrast dazu. Der muss jetzt mit Leuten interagieren, mit denen er eigentlich nicht so gut interagieren kann, damit die Bedeutung seines Charakters auf Kosten eines unwichtigen Charakters größer wird. Das heißt, mir war in der Sekunde schon klar, das wird kein wichtiger Charakter. Ich geb dem jetzt negative Attribute, die im Kontrast zu den positiven Attributen meines Hauptcharakters stehen. Das ist nämlich ganz gut, weil das jetzt auch gleich... ...und er so ein paar gucken. Und er so, äh, nein. Ich nehm so aus meinem... ...einem... ...irgendwie so ein Bolle. Ich so, so... Hier. Viel Spaß. Und... Tun Sie Gutes damit. Äh, danke. Und du hörst ihn halt losrennen, der rennt um so eine Ecke und du hörst halt so... Okay, ich wend mich, ich wend mich an, äh, an... Da wurde gerade jemand im Eingolten... So. In dem Moment wollte ich halt nur einen Charakter erschaffen, der einfach schnell wieder weg ist. Ich wollte halt einen Nebencharakter, der wenig Bedeutung hat. Und auch wenn ich das hier gar nicht so bewusst gemacht hab, war dann ein Glückstreffer, dass in dem Moment, wo ist es nicht nur witzig, dass der dann überfallen wird und abgestochen, aber das zeigt uns ja was zu dem Umfeld, in dem der sich bewegt. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die ich früh gelernt hab, dass in unseren ersten Abenteuern, also nicht on-air nur, sondern so off-air, waren so oft NPC, die waren so wenig Teil der Welt, in der sie sich befinden. So. Die... In dem Fall hab ich dann gelernt, krass, ich bin denn irgendwie... Ich bin halt in der... Jetzt ist aber immer weg. Ich bin halt in der dunklen Ecke, die sind hier offensichtlich irgendwie... sind die nicht so wohlhabend, wie Eddie das ist. Die sind halt total zwielichtig, überfallen sich auch gegenseitig und so. Ich hab viel gelernt über das Umfeld, in dem ich mich bewege, in einem kurzen Moment, mit einem kleinen Gag. Und das ist eigentlich richtig schön, wenn man schon so NPC hat, dass die eben immer Teil der Welt sind, obwohl er mir auch was über die Welt beibringen. Und in dem Fall ja nicht, indem der NPC eine große Rede schwingt, und das ist wieder so ein Rückwurf zu dem... eben dem Beispiel aus Good Omens, weil ich das immer so... Ich bin auch nicht so ein großer Fan von Charaktere halten, lange reden. So. Erstens bin ich schlecht darin, die zu schreiben, und zweitens läuft man da Gefahr, sich zu sehr in sein eigenes Schreiben zu verlieben. Darum, und jetzt kommen wir wieder zu der Zahl zurück, Ich glaube, es hilft extrem, so wenig NPC wie möglich in seine Abenteuer einzubauen. Ich glaube, dass die meisten Abenteuer extrem davon profitieren, mit so wenig Charakteren wie möglich geschrieben zu werden. Und das... gibt absolut Ausnahmen davon, aber ich habe so viel lieber Charaktere, die einen Lacher bringen, die einen Weinen bringen, die man verstehen kann, zu denen man sich irgendwie... die man abstoßend oder zu denen man sich hingezogen fühlt. Und Tears ist so ein bisschen ein Negativbeispiel dafür, dass das eben alleine aber auch keine richtige Antwort auf alles ist. Denn in Tears war so ein Problem, die Spieler haben sich nie an die Namen von Charakteren erinnert. Und das war zum einen außer Budi. Das lag zum einen daran, dass die... aber auch nicht aufgepasst haben, natürlich, aber auch, dass die Charaktere extrem generisch waren und keine wichtige Rolle in dieser Welt hatten. Wenn sie mit Charakteren konfrontiert waren, die wichtig waren, waren die immer unumstößliche Faktoren. Das heißt, es gab wenig Charaktere, aber die Charaktere waren halt so, die hatten mit ihrer Geschichte eigentlich nichts zu tun. Die Charaktere hatten ihre eigene Geschichte, die haben ihre eigene Geschichte erlebt, die steckten mitten in ihrer eigenen Geschichte und so. Und das finde ich total schade. Also das war eigentlich immer so... Ja. Was? Aber Namen wie Blöki behalten. Ja so. Und jetzt kommt, glaube ich, was Wichtiges. Manchmal allerdings, also nehmen wir mal so als Grundlegel, ich persönlich finde weniger NPC immer besser. Auch wenn man sagt, da stehen zehn Wachen, dann stellt sofort eine der Wachen als wichtiger raus. Das finde ich, macht zum Beispiel Snow richtig gut. Die haben dann auch Stimmen und haben Identitäten und wenn da fünf Wachen vor mir sind, ist eine von denen ein Hauptmann oder so und mit dem interagiere ich. Das ist total cool. So, jedenfalls ist aber eben auch die Möglichkeit da, dass Spielerinnen und Spieler einfach beschließen, dass ein NPC wichtig ist. Blöki ist schlagartig wichtig. So. Achso, Musik. Ja, danke. So, Blöki als NPC. Blöki war ein toller NPC. Ich glaube, Blöki war nur toll, weil die dann angefangen haben, dem Emotionen zu geben. Blöki hatte keinerlei Attribute. Blöki war eine Art Blank. Und ich glaube, und das ist so ein bisschen außen vor auch was super Interessantes. Und das werde ich, ich hätte es jetzt anhand anderer Charakterer, Blöki ist ein schönes Beispiel. Denn so sehr wie dieser Side-Charakter hier, der dann einfach weg war, ist es manchmal total schön, NPC den Raum zu geben, wichtig zu werden. Und wenn Spielerinnen und Spieler das beschließen, dann sollte man dafür manchmal offen sein. Und das ist wieder so, schließt du ein bisschen an an den Punkt, sich nicht zu sehr verlieben in die eigenen Charaktere und das eigene Schreiben, weil man dann es einem einfacher fällt, zuzulassen, dass andere Charaktere wichtig oder unwichtig werden. Und Blöki zum Beispiel wurde von einfach den Spielern beziehungsweise euch Zuschauerinnen beschlossen, ist jetzt wichtig. Und ich habe da die ganze Zeit so ein bisschen gegen angekämpft. Und das war im Nachhinein nicht schlimm, aber Blöki hätte theoretisch in der Handlung auch eine Rolle erfüllen können. Blöki hätte zu einem dauerhaften Sidekick werden können, hätte mehr Fähigkeiten haben können. Und ich habe mich, glaube ich, damals so davon blenden lassen, dass Nils bei jedem Charakter versucht hat, den zu einem Side-Charakter zu machen, der eigentlich nur Fähigkeiten hat, die er kontrollieren kann. und so. Aber ja. Was? Minus, Minus, E? Was ist Minus, Minus, E? Da steht es selber nicht. Ach, die Mistgabel. Ach so, weil ich... Ach so, das soll eine Mistgabel sein. Welch Blöki. Na ja. Jedenfalls ist, glaube ich, das eine wichtige Regel, auch wenn es um NPC geht, dass man sich nicht nur zu sehr, nicht zu sehr in sie verlieben soll, aber auf der anderen Seite NPC, die man eigentlich nicht so gern hat, die Chance geben sollte, dass man sie ins Herz schließt. So. Und jetzt nehmen wir mal an, man beachtet das alles. Man schreibt jetzt sein Abenteuer und dann gibt's NPC, die sind ganz klar, wer die so sind. Es gibt den König und mit dem interagiere ich und er sagt mir dann, dass ich den Drachen töten soll. Und da kommt, glaube ich, eine weitere Regel, die auch so, die mir über die Jahre immer klarer geworden ist. Wenn man schon klassische Charaktere schreibt, die meiner Meinung nach wichtig sind und gut funktionieren, dann hilft das manchmal ungemein, wenn man denen dann wenigstens einen netten Twist gibt. Gebt denen eine Eigenschaft, die im Kontrast zu dem steht, was sie eigentlich machen und eine Eigenschaft, die sie schwächer oder stärker macht. Gebt denen die Chance, interessant zu werden. Und dafür gibt's gute und schlechte Beispiele, glaube ich, in unseren Pen & Papers. Und ich finde zum Beispiel eines der jüngeren ganz guten Beispiele ist, warte mal, findet man dazu auch ganz schnellen Tipps? So, wir gucken mal, ob wir im Ultracor vom dritten Teil das mal so schnell finden. Ich glaube, da reden wir... Ich komm, lass mal... Ich erschwert, das halt würde ich... Oh. Da muss man sich schon... Hallo! Hallo. Und er ruft noch irgendein Klump! Und das kommt... Oder kannst du die nicht mal... Warte mal, irgendwo hier gehen die... Eingang, in dem so zwei Vorhänge quasi sind. Und um das Ding ist niemand mehr. Also ihr steht jetzt am Fuße so eine Art... Es war eigentlich nicht, worum es geht. Es geht um das letzte Pen & Paper, das wir gespielt haben. Und in dem gab es ein Dorf, der Gibs. Und in der Gesellschaft der Gibs ist der... Sind die Jüngsten die Anführer. Also nicht je älter du wärst, desto mehr Macht bekommst du in der Gesellschaft, sondern je jünger. Und das ist so eine Art Twist, den ich meine. Und aus diesem Twist entsteht, dass eine Situation, die eigentlich so straightforward ist, im Endeffekt gehen sie in dieses Zelt, kriegen eine Quest und können wieder gehen. So. Und das ist so viel interessanter dadurch geworden, dass es einen Dreh, an den eigentlich bekannten Mustern gibt. Der König ist eben nicht der mächtigste, schlauste und irgendwie älteste, so. Sondern der König ist oder der Anführer dieser Dorfgemeinschaft oder dieses Stammes. Ist halt nicht der alte Häuptling, der alles weiß, sondern ist halt der junge Häuptling, der eigentlich von gar nichts eine Ahnung hat. Weg, der da hochführt, also wie so eine Rampe. Und ich glaube, hier ist interessant der Moment, in dem sie das erste Mal damit konfrontiert werden, weil sie sind auf eine ganz andere Situation auch vorbereitet. Die, die da näher kommen, beugen sich herunter und zeigen nur mit dem Arm nach oben. Ich finde, wir sollten uns auch entsprechend verhalten. Ich gehe so gebeugt, aber auch wegen den Rückenschmerzen. Gehe ich gebeugt die Treppe hinauf. Okay. Du gehst so gebeugt die Treppe hinauf und das Grummel der Leute wird leiser und so und du hörst aus dem Zelt, hörst du Stimmen. Und dir fällt sofort auf, dass das so... Das hört sich schon nach Kindern. Ich höre Kindergelärm. Mäuau. Mäuau. Das ist ja widerlich. Es hört sich wirklich so Kinder spielen, lachen und so. Hier ist glaube ich Witt, das wissen die ja noch nicht. Und in dem Moment kann man auch so viel einfacher verdeutlichen, dass jetzt eine Szene kommt, die wichtig ist. Man holt auch die Aufmerksamkeit der Spieler so zurück. Der NPC ist auf einmal überraschend. Eigentlich sind NPC eben manchmal so absolute Gän-Maschinen. Du hast halt keine Ahnung, was los ist. Und in dem Moment kannst du aus einem NPC, der eigentlich so langweilig und klassisch wäre, sowas Faszinierendes machen. Für mich ist immer so, Tolkien konnte natürlich Svaug den Drachen machen, der eitel ist und der ganz viel Gold mag. Aber heutzutage ist es schon netter, wenn man sich da einen Twist überlegt. Wenn das irgendwie interessanter ist. Wenn, keine Ahnung, ich finde immer, ein traumhaftes Beispiel ist Fuchur der Scheinriese. Das ist so ein geiler Twist, dass jemand aus der Ferne groß aussieht und aus der Nähe klein. Das macht den so viel interessanter, diesen Charakter. Man denkt im ersten Moment, es ist ein Riese und plötzlich so, Moment, das ist ja gar kein Riese. Das klingt mir nicht nach einem Anführer, aber lasst uns weitergehen. Aber vielleicht sollten wir die Waffen verstecken oder in irgendeiner Form weniger aggressiv vorgehen. Wenn dort Kinder sind, gibt es sicher Ärger. Ja, könnt ihr machen. Also du versteckst ja immer. Ich hab ja keine Waffen. Nee, oder du hast diesen Stab. Du könntest jetzt... Alle meine Pflege... Der wird aber nicht... Der Turtur, danke. Entschuldigung. Ja, Turtur der Scheinriese, nicht Fuchur. Entschuldigung, das ist der Drache. Turtur der Scheinriese, danke. Da hat auch... Macht ihr das auch? Also wollt ihr eure Waffen irgendwie wegpacken oder habt ihr die in der Hand? Also ich sag mal, ich hab die jetzt eh nicht in der Hand gehabt, aber... Ja, ich lass es dabei. Okay. Also die Waffe zu verschränken ist unmöglich. Ist auch als Reichstrutz würdest du nicht machen. Die ist auf deinem Rücken. Das ist ein wichtiges... Also das hab ich auch nur, dass es nicht vergessen ist. Ein Zweihänder ist quasi jemand, eine Waffe zu führen. Wenn man ist, du reingehst. Auf und schaue hindurch. Okay, du machst den Vorhang auf und vor dir auf dem Boden ist erstmal... Der Boden ist in der Mitte leer und überall sind so kleine Zeichnungen und so. Das sieht so aus wie Straßen und kleine Saurier über so kleine... Man erkennt jetzt vielleicht was wieder. Was ich gerade versuche zu beschreiben, ist so ein Verkehrsteppich. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Introduction hier in dem Fall. Also, ich nehme es jetzt als Beispiel, weil das eine der wenigen Introductions von Charakteren ist, die genauso geklappt haben, wie ich mir das gewünscht hab. Wo die Jungs auch so richtig geil mitgespielt haben. Ich musste niemanden umbringen und so. War halt richtig geil. So, und... Ab jetzt soll so langsam klar werden. Moment mal, die sind halt wirklich Kinder. Bäumchen und du hörst Lachen und Spielen und als du noch weiter aufmachst, siehst du, dass überall rundherum sind alle Bänke, also es sind wirklich so Ebenen quasi voller Kinder. So, und das ist ein ganz wichtiger weiterer Punkt. Dadurch, alles ist klein und das ist alles so aufgebaut und in der Mitte ist wie so ein Zirkuszelt, ist alles auf dem Boden gemalt. Und wir haben eben gesagt, Charaktere sollten Teil der Welt sein. Dann muss die Welt auch so aussehen, als ob da Platz für diese Charaktere ist. Und wenn das nicht so ist, dann ist der Kontrast eine Bereicherung. Ne, war nur Wind. Ich dachte gerade, er hat Beben. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass es spannend sein kann, dass ein NPC irgendwo auftaucht, wo er nicht hingehört. Oder dass die Welt eben so ist, wie der NPC sich die gemacht hätte. Dass man Hinweise darauf gibt, dass ein NPC irgendwo hingehört. Dass man, wie gesagt, dass ein, keine Ahnung, dass man in eine Schenke kommt und in der Schenke ist ein Wirt und dieser Wirt, der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat total bunte Finger. Die sind total voller Farbe oder so. Und überall an den Wänden hängen so halbwegs gemalte Bilder. So, so ziemlich kindisch gemalt, aber keine Ahnung. Und man merkt, die gehört dem. Die gehört diesem Wirt, diese Kneipe. Der malt hier Bilder, weil er die mag. So. Und diese Kinder, die malen hier auf dem Boden, weil das ihre Halle ist. Die gehören hier hin. So, und das sind halt Kinder. Und dann sehen die dich. Und gucken dich halt so an. Ui, ui, ui. Ein Kind kommt aus der Mitte so vor und ist wirklich, wirklich ein kleines Kind. So, steht in der Mitte so, zieht sich so die Unabuchse ein bisschen gerade. Komm ruhig näher. Nun gut. Warum? Warum sollten wir mit dir gehen, du kleiner Zwerg? Und genau das ist, was ich am Anfang gemeint habe. Das ist so eine relevante Frage. Weil dieser Kontrast besteht, stellt er sofort eine Frage. Und das ist manchmal eben nicht die Aufgabe eurer Spieler, sondern ihr ladet die dazu ein. Das ist, und wir springen ganz am Anfang zurück. Warum riecht der Laden nach Parfum? Warum sind Blumen außen dran so? Warum bist du so jung? Und das ist genau der gleiche Kontrast, den ich hier am Anfang beschrieben habe. Und solche Kontraste sind manchmal noch stärker als einfach nur Merkmale. Zu sagen, der ganze Laden ist voller Blumen. Ist interessant, aber es ist viel interessanter zu sagen, ja, der Laden ist voller Blumen. Und man denkt, ja, warum ist denn der voller Blumen? So. Der Kontrast von NPC zu der Welt oder der Kontrast der Dinge, die der NPC geformt hat, zu seiner Welt. Und meiner Meinung nach hinterlassen relevante Charaktere Spuren in der Umgebung, in der sie sich befinden. Und das ist so eine weitere Regel, die ich immer wichtig finde. Wenn ich NPC schreibe, versuche ich mir jetzt immer zu denken, welche Spuren hat dieser spezielle NPC in der Welt um ihn herum hinterlassen? Und das müssen nicht immer haptische Spuren sein. Das muss ja nicht immer was zum Anfassen sein, sondern das kann halt auch was anderes sein. Wenn die Kinder die gesamte Macht hätten, würden sie sicherlich alles vollkritzeln. Aber wer baut die krasse Halle, in der sie sind? Ich verstehe nicht ganz die Wahrheit, aber ja, wer die Kralle gebaut hat, wahrscheinlich die anderen. Die haben wahrscheinlich immer gesagt, baut uns eine Halle und Erwachsene bauen Erwachsene. Aber wie gesagt, das ist ja auch das Ding zwischen Hard- und Softroad, also geschriebenen Welten. Naja. Jedenfalls ist die Idee, dieser Kontrast kann eine Bereicherung sein. Und manchmal ist es total, es darf auch nicht zu viel sein, ich finde auch immer komisch, wenn ich laufe, aber es kann auch interessant sein, wenn ich im Wald rumlaufe und mitten im Wald kommt dann irgendwie, kommt so ein Kobold aus dem Unterholz gestapft so. Und der Kobold ist komplett in Weiß gekleidet und das ist das scheinendste, strahlendste Weiß, das es gibt. Dann ist meistens die erste Frage von der MWC, warum bist denn du komplett strahleweiß angezogen? So. Und das ist halt cool, weil das sofort ein Entry gibt. Wenn aber ich auf der Straße irgendwie sage, ja laufen nur noch andere Leute rum und dann sagt man, ja, da läuft jemand rum und der hat einen Wagen und auf dem Wagen ist Stroh und vor dem Wagen ist ein Ochse gespannt. Naja. Ich weiß schon, wie viel Information hier wahrscheinlich relevant ist. Das klingt nicht nach einem wichtigen Charakter für meine Erzählung. Und das ist so viel interessanter, wenn man dann sagt, ja, da ist ein Wagen und die eine Kuh, die ist von oben bis unten weiß angemalt. Also schneeweiß. Und dann haben die Charaktere das selber gefunden. Und das ist auch so viel erfüllender und so viel bereichernder. Und den Vorhang hat er aufgemacht. Und dieser Vorhang in dieser Szene, den sollte man, glaube ich, bei guten NPC hat jeder NPC einen gewissen Vorhang. Ich kriege erst Informationen und dann muss ich als Spieler muss dann den Vorhang auftun zu den Informationen, die dieser NPC für mich hat. Quasi. Und dieser Vorhang kann alles Mögliche sein. Der kann eine Frage sein, der kann eine Tatsache sein, der kann eine Malerei auf dem Boden sein. Es ist nur wichtig, dass man Spielerinnen und Spielern die Chance gibt, diesen Vorhang zu sehen und ihn selber aufzumachen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ja, die Farben habe ich noch nicht wie die eingestellt. Ich muss sie nochmal machen. So. Weitergucken. Könnt ihr ja dann weitergucken. So. Denn so langsam versuche ich, das mal zu abwreppen, damit wir zum letzten Teil kommen können, zu fragen. Denn ich glaube, es werden gar nicht so viele geben, weil ich hier schon so oft über Pen & Paper geredet habe. Aber. Und jetzt versuche ich das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wie schreibe ich denn dann einen guten NPC? Einerseits soll ich den ja jetzt gern haben, aber nicht. Der soll wichtig in der Welt sein, aber nicht. Der soll Informationen haben, aber die nicht sofort preisgeben. Und ich glaube, für mich ist ein ganz, ganz handfester Tipp irgendwann geworden. Denk über einen Charakter nach und abstrahier den. Wenn dir ein Charakter gut gefällt, in einer anderen Erzählung, dann kannst du den kopieren, ohne ihn eins zu eins zu kopieren. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ein schönes Beispiel dafür ist Harry Potter zu Der Herr der Ringe. Es gibt in beiden Erzählungen Figuren, die sehr ähnliche Merkmale haben, die auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise funktionieren in der jeweiligen Welt. So. So, den Gandalf, der in beiden Welten, also in Dumbledore und Gandalf, sind nicht nur beide alte, weise Männer mit einem Bart. Beide sind mystisch. Beide haben mehr Macht, als man am Anfang vermuten mag. Beide werden sogar noch stärker durch mehr Wissen im Laufe der Geschichte. Beide behalten aber auch die ganze Zeit aus verschiedenen Gründen Geheimnisse für sich. Und theoretisch kann ich mir einen Charakter in einer anderen Geschichte angucken und kann mir dann sagen, ha, interessant, vielleicht funktioniert dieser Charakter in meiner Geschichte. Und wenn ich mir jetzt sage, ich finde zum Beispiel, ich sehe nicht, wir können ja mal zum Anfang von unserem Händler Beispiel zurückgehen. Und jetzt überlege ich, wo fand ich irgendeinen Charakter interessant und muss der überhaupt passen? Muss das jetzt auch ein Händler sein oder kann das einfach irgendwer sein? Dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, ich fand den Resident Evil immer diesen Händlergeilen mit dem What are you, boy? Kennt ihr das? Springen wir nochmal hin. Resident Evil 4. Auch eine mega geile Introduction. In diesem Spiel habt ihr selten Cutscenes. Wenn ihr Cutscenes habt, sind das wichtige narrative Elemente. Ihr lauft ständig an irgendwelchen Fenstern vorbei. Resident Evil ist ein Schlauch im vielen Sinne. Das heißt, ihr lauft von Level zu Level zu Level und jetzt seht ihr auf einmal vor einem Fenster was. Und geiles Introduction. Der ist auch noch nett zu mir. Der sagt zu hierher Stranger und so. Super, super gutes Intro. Genau was ich immer schon mache. Es bricht mit der Logik der Erzählung. Da laufen keine netten Leute rum. Das ist eine zombieverseuchte Welt. Dir will keiner helfen. So. Und jetzt müssen wir aber selber dahin gehen. Das heißt, wir müssen jetzt den Vorhang aufmachen. Wir müssen selber jetzt das Risiko eingehen, mit diesem Händler zu reden gleich. Sprengen wir uns jetzt vor. Wahrscheinlich ist es ein... Ich muss dann nämlich selber um dieses Haus rumgehen, sich entscheiden, zu diesem Charakter hinzugehen und mit dem zu interagieren. Und so ist halt in einer guten Pen-and-Paper-Geschichte das eigentlich auch. Ja, jetzt krieg ich noch Übersicht. Ich hab den Vorhang aufgemacht. Der ist wirklich nett. Und ich sehe, welche Güter da sind. Und jetzt sage ich, ich finde diesen Charakter gut. Ich mag den. Irgendwie gefällt der mir. Ich würde den jetzt gerne als Händler in meine Geschichte holen. Dann kann ich es ja abstrahieren. Ich kann ja sagen, das muss ja jetzt nicht der irgendwie Krassehänder mit dem Tuch vor dem Mund sein. Aber das kann ja schon jemand sein, der einen Laden hat. Und in dem Laden gibt es vielleicht Sachen, die ich nicht so hundertprozentig. Das heißt, ich komme jetzt in diesen Laden und ich habe jetzt den auf den Parfumgeruch angesprochen und habe das erzählt mit dem Schwert und so. Und dann sagt er sowas wie, ja, das Schwert, das hole ich, das ist ja auch so ein bisschen geheim. Ich hole das mal aus der Ecke. So. Ich denke mir, hä, welche Ecke denn? Und dann geht er irgendwo hin und macht so ein Tuch auf und guckt mich dann vielleicht irgendwie so vielsagend an und ich weiß, ah, okay. Und wenn ich dann rübergehe, dann liegen da auf dem Tisch vielleicht Sachen, die man eigentlich gar nicht kaufen darf. Und so hat auf einmal, der hat irgendwie, ja, kann ich dir was anbieten und so. Und so hat dieser Charakter auf einmal einen Teil des Charakters bekommen, den ich interessant finde. Und vielleicht kann ich den sogar so vorstellen. Ich laufe an dem Haus vorbei und jetzt lehnt dieser junge Mann an diesem Haus so. Und der steht halt da und der steht vor einem Haus voller Blumen, aber ist vielleicht angezogen total in Dunkel und so. Also es ist eigentlich eine schöne Gegend und er passt da so überhaupt nicht hin. Und dann, das beschreibe ich halt nur. Ich sage halt, du kommst an einem Haus vorbei und das ist irgendwie super schön, alles mit Blumen und so. Und da steht ein junger Mann vor in so zerlumpter Kleidung mit einem Tuch vorm Mund und so. Und dann sagt er, hä, okay, dann sprech ich den mal an. Dann sprichst du den halt an und der sagt so, ja, keine Ahnung, ich kann dir ja, also wenn du was suchst, ich verkaufe schon auch was. Und dann zeigt er dir den Weg ins Haus und im Haus riecht es trotzdem nach Parfüm. Da ist ein Kontrast. Und dann habe ich halt einfach einen Charakter, den ich eigentlich gut finde, auf eine interessante Art und Weise in meine Geschichte eingebunden. Und ich glaube, das ist was, nimm das mal in der Hand. Genau. Und das ist, glaube ich, eine gute Lehre, wenn man sagt, ich fühle mich damit noch nicht so sicher. Nehmt euch Charaktere aus anderen Dingen, die ihr interessant findet und bringt die in eure eigene Welt. Und das kann man auch spontan machen. Mir fällt gerade kein NPC, ein und ich brauche aber dringend einen. Dann abstrahiere irgendeine Rolle von woanders, die dich mal beeindruckt hat, die du interessant findest und die für dich gut funktioniert. So. Und ich glaube, dass das so insgesamt was ist, wo man dann nämlich einfach so ein bisschen was nehmen kann von anderen, die das Rezept schon richtig befolgt haben und die Konsequenz ist dann, was das funktioniert. So. Und ich glaube, dass das Resultat aus all diesen Tipps meiner Meinung nach NPC sind, die sich eben nicht wie, ja, wie so Papieraufsteller anfühlen, sondern wie ein relevanter Teil einer Welt. Wenn ihr ein Abenteuer schreibt, dann stellt euch das immer wieder vor wie eine Geschichte, wie eine Tour durch euren Raum, wie eine Tour durch ein Dungeon oder so. Und NPC sind nicht einfach nur Charaktere, die sind ein erzählerisches Element. Und die können wie Türen funktionieren, die können wie Schlösser funktionieren, die können wie geheime Mechanismen sein, die können wie Schriftrollen sein. Aber am interessantesten ist es immer, wenn die Tür von euren Spielern aufgemacht werden muss. Wenn die Falle entdeckt wurde, wenn die Schriftrolle vorgelesen wird. Und das ist viel besser, als wenn ein NPC sich hinstellt, seine Geschichte einfach so zum Besten gibt und keiner der Logiken folgt. Wenn ein NPC nicht Teil der Welt ist. Das heißt, zusammengefasst, cool ist, wenn ein NPC wichtig ist, ein NPC auch Schwachstellen hat, wenn es nicht zu viele davon gibt, wenn NPC sich in die Welt einfügen, aber die Welt sich auch um die NPC herum und wenn ihr eure NPC gern habt, aber nicht so verliebt in sie seid, dass sie sich nicht noch ein bisschen verändern dürfen im Zusammenhang mit den Spielern. Und ich glaube, damit schließe ich das so ein bisschen, dieser einstündigen Exkurs darüber, was ich glaube, wie ein guter NPC funktioniert und warum meiner Meinung nach NPC eins der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Element in einer guten Erzählung sind, weil NPC so dynamisch sind. NPC können, je mehr Rahmen ihr ihnen gebt, desto besser können die im Rahmen dieser Möglichkeiten euch helfen, eine Geschichte zu erzählen, aber vor allem können die Fragen beantworten zu einer Geschichte und dabei helfen, dass eure Spielerinnen und Spieler selber eine Geschichte erzählen. Und das kann kaum ein anderes erzählerisches Element im Rahmen Pen & Paper so gut wie NPC das können. Und wenn ihr nicht sicher seid mit NPC, ist das nicht schlimm, aber dann schreibt lieber wenige, mit denen ihr euch wohlfühlt, als viele, die einfach nur generisch und langweilig sind. Und ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, wenn ein NPC diese Regeln so gar nicht befolgt, dann hat er eigentlich keine Berechtigung zu existieren. Und wenn ich dann einen Händler mache, nur weil jemand was kaufen soll, dann würde ich lieber sagen, was möchte ich, dass verkauft wird und dann schreibe ich einen Händler, der einen Grund hat, all diese Dinge zu besitzen. Punkt. Genau. Non-Player-Characters, nicht Spieler-Charaktere. Und damit ist geschlossen. Wir haben noch fünf Minuten Zeit für Fragen. Ich hoffe, es war einigermaßen anschaulich. Ich habe mich, wie gesagt, mit davon fair gehaltenen Folien und Co. zu erstellen. Erstens, weil ich faul bin und zweitens, weil ich nicht will, dass ihr die ganze Zeit lest, sondern ich dann lieber mal in Clips reingucke und mit euch gemeinsam ein handfestes Beispiel schaue. Am einfachsten sind mal eigene Beispiele, weil man dann auch sagen kann, wenn das kacke ist. Oh, hier ist noch ein Zitronenkern drin. Wurde Paint versprochen. Ja, Paint hätte ich aber nur benutzt, wenn wir angefangen hätten, einen Charakter zu machen. Aber die Zeit ist tatsächlich langsamer vergangen, als ich dachte. Schneller vergangen, als ich dachte. Hast du mit Tore mehr geplant gehabt? Ich finde, Tore ist ein perfektes Beispiel für einen sehr schlecht geschriebenen NPC. Also Tore habe ich wirklich einen echt schlechten NPC geschrieben. Tore war nicht interessant, Tore hat sie immer nur mit Dingen konfrontiert, Tore hat ihnen alles erzählt, was er zu erzählen hatte und sie nie dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Tore war weder ein Kontrast zu seiner Welt, noch war ein Teil von hier. Tore war wirklich so ein absolutes Horrorbeispiel für einen NPC in den ersten Tiers. Was war persönlich dein Lieblings-NPC, den du geschrieben hast oder in dem Spiel getroffen hast? In dem Spiel getroffen? Ich spiele ja nur noch so wenig. Ich überlege gerade. Ich mag bei Snow die Nebencharaktere immer sehr gerne, weil die immer so ein Kontrast zu uns Quatschköpfen sind. Muss ich jetzt eine Weile drüber nachdenken, glaube ich. Wie kontert man zu starke NPC als Held? Wie meinst du das? Ich glaube, das Ding ist, du bist ja nicht da, um die Welt zu besiegen. Wenn dein Spielleiter, deine Spielleiterin sich überlegt, ich möchte einen NPC sehr, sehr stark machen, dann hat das meistens eine Bewandtnis. Vielleicht soll dieser Charakter so stark sein, um dich eben davon abzuhalten, was zu tun. Ist natürlich immer eine sehr, sehr simple Lösung, aber muss manchmal sein. Vielleicht ist dieser NPC aber auch sehr gezielt so stark, weil das ein Kontrast zu irgendwas sein soll. Und vielleicht sollst du den besiegen, vielleicht sollst du den nicht besiegen. Vielleicht ist den in einem, also ich glaube, grundsätzlich ist es auch immer interessant zu sagen, wenn ich einen NPC treffe und der ist ein sehr starker Kämpfer, vielleicht ist dann auch einfach nicht die Idee, den zu bekämpfen, sondern den reinzulegen. oder so. Also, dass ein NPC, also ich glaube, so ein klassisches Beispiel war in den ersten Runden immer, dass die Jungs dann immer gleich anfingen, ja hier sollen wir einfach nicht weiter, hier ist halt alles hart gerailroadet. Und dann war sie halt, sie stehen vor einer Wache, der hat eine AK und sie sagen, ja ich möchte ihn ausrauben. Genau damit rechnet diese Wache. Aber womit die halt nicht rechnet, ist, dass du versuchst, die auszutricksen oder so. Das ist halt, damit rechnet diese Wache halt weniger, als dass du sie überfallen willst. Darauf ist die Wache halt vorbereitet. Ich habe Cecil mega geliebt, den habt ihr kurz in Nostros Tower getroffen. Stimmt. Stimmt, Nostros Tower hatte auch sehr gute Side-Character. Der Händler mit den Steinen im Rucksack, Formidabel. Ja, Formidablos Grün, vielleicht ist das so ein bisschen mein Lieblingscharakter. Formidablos Grün habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Der wäre auch so komplett spontan und das hat nur dazu beigetragen, dass ich den sehr gerne mag. Formidablos Grün ist echt ein guter Charakter. Ich mochte den auch, weil den alle so gern hatten und allen so leid tat, was die Spieler mit dem gemacht haben. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Formidablos Grün hatte in dieser Welt seinen Platz und der war sogar richtig wichtig in seiner Welt. Viel wichtiger als unsere Spielecharaktere. Aber auf eine andere Art und Weise. Und Formidablos Grün ist halt anders an diese Welt rangegangen. Und die haben unglaublich viel von ihm gelernt und haben ihm so unglaublich viel weggenommen. Und dadurch hat er so viel Bedeutung für sie gehabt und hat auch so viel über sie gesagt. Ich glaube, Formidablos Grün war wirklich ein Glückstreffer. Sehr wichtiger Charakter, der sehr, sehr gut funktioniert hat. Genau, der Hamster, der Archivhamster, Formidablos Grün. Ich fand den Dampfzwergenanführer auf dem Dampfschiff auch cool. Ich fand den nicht schlecht. Ich glaube, ein Problem war, dadurch, dass wir nur einen Abend beim dritten Teil hatten, ist es sehr stark in Ich erzähle den Jungs was verfallen. Und das ist genau, was ich meine. Da mochte ich meine eigenen Charaktere zu gern und habe zu viel Redeanteil gehabt. Und gerade der Anführer, dem hätte ich mehr geben sollen, dass sie von ihm was erfahren, also dass sie sich Informationen über ihn holen, anstatt dass er ihnen die einfach alle gibt. Das war so ein bisschen schade. Aber der war schon auch cool. Die Dampfzwerge an sich sind cool. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass keiner von denen Dampfzwerge spielt hat, weil ich mir gewünscht hätte, dass sie noch mehr Eintritt in diese Kultur haben, in diese sehr, sehr verschlossene, gruppendynamische Kultur der Dampfzwerge. Ich fand da schnell, dass der Anführer so schnell und seltsam starb. Naja, die Idee von Dampfzwergen ist, dass die unglaublich stark aussehen, aber eben nicht unglaublich stark sind. Und das ist viel interessanter, wenn ein Charakter, der nicht stark aussieht, dann sehr, sehr stark ist. Aber naja, damit schließe ich meinen Vortrag. Die Zeit ist am Ende. Ich bedanke mich bei allen Zusehenden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der weiteren Discon und bei allem, was jetzt noch so kommt rund um die Discon. Heute sind noch eine Menge Runden, die gespielt werden. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was die Discon ist, eine Pen & Paper Convention auf dem Hauke-Discord. Veranstaltet rein aus der Community. Schaut da einfach mal vorbei im Discord-Bereich. Da könnt ihr euch alles noch angucken. Da könnt ihr heute noch an Runden teilnehmen, bei Runden dabei sein, bei Runden zugucken oder euch noch Vorträge anhören von Leuten, die das wesentlich besser können als ich oder besser vorbereitet sind. Hat mir aber trotzdem viel Spaß gemacht und damit verabschiede ich mich in meinen sonntäglichen Feierabend. Bis zum nächsten Mal.